Was ist denn da? Lange. Was hat der Verhänger? Verhänger wieder lösen, Stabileine, wenn das noch nicht raus geht, sonst noch einmal einklappen. Jawohl. Anschalten, Hände höher ran und Regen aufreißen. Geht rauf, geht rauf. Geht ein bisschen höher, geht ein bisschen höher. Und wenn er vorne ist, freigeht man. Warte, jetzt noch freigehen. Nächste Stolzauber, aber wie schlägt denn jetzt? Oh ja. Okay. Geh in der Bremse. Jawohl. Geht ein bisschen höher, geht ein bisschen höher mit der Art und ein bisschen höher. Geht ein bisschen höher mit der Innendart. Über die Brille, jetzt freigehen. Absolut. Freigehen. Nicht reißen. Los geht's. Wohl drauf bleiben, bleibt drauf, bleibt drauf. Jetzt geht es in Richtung Richtung. Jawohl. Super. Wohl auf. Und über die P3-Gruppe. Jetzt haben wir noch mal ein guter Besuch. Wuhuuu. Nach dem Land und Rückbleiben warten, bis die Wester offen wird. Dann darfst du sofort beginnen, das Grundzeug aufzubauen. wenn wir wieder wieder zurückgehen. agreed der in Richtung. Vorsorge sind bleibt mit der дорог bringing.